Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute bin ich gekommen, damit wir alle zusammen lernen, wie man den Voodoo macht. Bevor wir mit dem Voodoo beginnen, erwähnen wir Allah, indem wir sagen Bismillah. Danach waschen wir gründlich unsere Hände, dreimal. Und das machen wir, indem wir gründlich das Wasser zwischen unsere Finger lassen, genau auf die Art und Weise. Danach nehmen wir Wasser in unseren Mund und waschen ihn gründlich, wie gezeigt. Das machen wir dreimal und das nennt man Mundspülung. Und dann machen wir etwas Wasser in unsere Nasen und lassen es wieder raus. Das machen wir auch dreimal. Und das nennt man Nasenreinigung. Danach waschen wir unser ganzes Gesicht dreimal, genau so. Und das sollte das ganze Gesicht bedecken, vom rechten Ohr bis zum linken Ohr. Und von der oberen Stirn bis zum unteren Kinn. Danach waschen wir unsere Hände bis zu den Ellen. Von den Ellen bis zu den Fingerspitzen. Bis etwas über die Ellen. Wir fangen mit dem rechten Arm an. Danach gehen wir zu dem linken Arm. Das machen wir auch jeweils dreimal. Danach streichen wir einmal mit dem Wasser über unseren Kopf von vorne nach hinten. Und dann wieder von hinten nach vorne, wie ihr sehen könnt. Und es ist möglich, dass wir nur von vorne bis nach hinten streichen. Und danach waschen wir unsere Ohren, innen und außen, einmal mit dem Wasser, mit dem wir unseren Kopf gestrichen haben. Danach kommen wir zu den Füßen. Wir waschen die Füße bis zu den Knöcheln gründlich, dreimal. Wir fangen mit dem rechten Fuß an und danach geht es über zum linken Fuß. Wir fangen mit dem rechten Fuß an und dann geht es über den Knöcheln.